Um Altlampen umweltgerecht zu entsorgen, muss man kein Genie sein. Nein, man bringt sie einfach nur zur nächstgelegenen Sammelstelle. Aber wo findet man die eigentlich genau? Zum Glück gibt es diese Informationen online, auch auf dem Handy unter sammelstellensuche.de. Tja, auch Baumärkte sind Sammelstellen und da gehen wir jetzt mal hin. Guten Tag. Moin, hallo. Ich habe eine alte Lampe mit dabei. Kann ich die hier loswerden? Ja, kein Problem. Wir haben eine Sammelbox, da können wir gerne hingehen. Da vorne? Ja. Sehr gerne. Kommen Sie mit. So, jetzt einfach reinschmeißen? Nein, stopp. Vorsichtig, nur reinlegen, damit sie nicht kaputt geht, die Leuchtstoffröhre. Sonst könnten eventuell Schadstoffe austreten und das wollen wir natürlich vermeiden. Kommen Sie mit. 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 Kommen Sie mit.